Hallo, grüß euch. Heute ein Sonntag ohne neue Motive. Von mir dafür eine große Verkündung. Ab heute gibt es den Adventkalender in Online-Shop auf Vorbestellung. Der Adventkalender ist limitiert in der Stückzahl und auch die Motive wird es nur in diesem Adventkalender geben. Keine Angst, es sind keine Weihnachtsmotive. Wir haben uns auf zwei Versionen entschieden. Das eine ist ganz normal Mainstream, also bunt, gefällig, so in diese Richtung. Und das zweite ist not Mainstream. Wenn ihr bei mir im Online-Shop oder auf Instagram hineinschaut, da gibt es dieses Zweihorn, es gibt Totenköpfe, es gibt Bärme-Totenköpfe und so. Das geht dann in diese Richtung. Es gibt drei Ausführungen jeweils von diesem Adventkalender, S, M und L. Beim S-Adventkalender sind vier Motive drinnen, für jeden Adventssonntag eines. Beim M-Adventkalender sind drinnen ein Motiv und das gesamte Zubehör, um ein Projekt komplett durchzunähen. Also vom Schnittmuster angefangen bis zu den Riemenhaltern ist da alles drin. Und beim L-Adventkalender ist das gleiche wie beim M, aber das Ganze viermal. Das heißt, ihr könnt vier Projekte damit verwirklichen. Ihr habt verschiedene Schnittmuster drin, verschiedene Motive. Drei verschiedene Motive, weil ein Motiv ist ein Accessoire zum zweiten Lachen. Also das sind zwei Arme Lachen, das gleiche Motiv. Ja, bitte auf Vorbestellung im November circa wird nachher ausgeliefert. Und ganz wichtig noch zu erwähnen, es sind die Versandkosten nicht im Adventkalender enthalten. Die kommen nachher extra dazu. So, genug gequasselt. Ich wünsche euch noch einen schönen Sonntag. Baba! Baba! Baba!